Heute der zweite Tag hier im NEW Sommerkino und heute zeigen wir James Bond keine Zeit zu sterben. Mein Name ist Bond. James Bond. Bond. James Bond. Mal in geheimer Mission unterwegs. Geschüttelt. Nicht gerührt. Es ist halt Kultur in Mönchengladbach und für die Region. Schloss Reit gehört zu Mönchengladbach wie die NEW auch und deswegen sind wir dabei. Bei uns hier im Sommerkino gibt es noch mal was Besonderes. Es gibt nämlich vor dem Film immer noch Livemusik. Ein Livekonzert. Heute ist die Musikschule da und Caro Frohner. Kino ist ja Kultur und Musik gehört zum Kino dazu. Und ich finde die Leute möchten heute auch ein Event haben. Da reicht nicht nur einfach einen Film abzuspielen. Hier möchten wir den Leuten auch einen besonderen Arm beten. Begrüßen Sie eine der besten Musikschulen der ganzen Nation. Die Musikschule der Stadt Mönchengladbach. Das ist euer Applaus. Herzlich Willkommen. Und James Bond. Die Leute wissen das sehr zu schätzen, dass sie hier, sage ich mal, immer noch was Besonderes bekommen, was alles in der Kinokarte inklusive ist. Die Musikschule der Stadt Mönchengladbach. Die Musikschule der Stadt Mönchengladbach.